heute mal ein kleines video zur datensicherung wieder mal weil ich will schon etwas länger bei youtube und ja andauernd kommt dann immer was raus und ja haben wir schon immer gehabt dick jahre und solche geschichten und deswegen machen wir jetzt mal das video noch mal dass wir eben zeigen dass es das nicht schon zig jahre geht dann ja ich habe dazu einfach mal bei dr go schuldig eingegeben erstmal die ich alle suche sage ich mal und ja habe jetzt hier einfach mal mir ein paar dinge herausgepickt wenn ja auch mal den abgp der artikel habe ich ja mal ein video vom segelwurm wo er 30 leds in reihe betreibt dann haben wir hier den rimstar.org der das tooltief erklärt hier sehen wir auch wie immer wie ihr das auch kennt eine led und wenn wir jetzt auf die wikipedia seite mal gehen es wird echt zeit wir brauchen mal was neues hier das drecks wikipedia die werden jetzt hier dann reinschreiben haben wir elektronik erfunden und ellen mask und dann werden sie das wahrscheinlich ändern aber wie ihr das hier seht fehlt hier ja auch wenn es ein schematisches bild ist bla 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 warum wird das hier im trigger verschenkt 30 jahre lang ja weil halt alle eben abschreiben so und hier nochmal zur datensicherung mal kurz gehen wir rein eine led eine led will sich jetzt hier nicht wahrscheinlich gucken wir hier mal drauf output aber nur ein output also wieder eine led eine led eine led eine led also ein ausgang eine led eine led also ich würde mal sagen kann man so fest seiten das ist meistens eine led eine led hier ist das aus dem video ein also ich denke eine led ein ausgang eine led das ist das ein schul tief hier haben wir dann leds in reihe das ist das super effiziente jule die über ebay habe ich mir mal angeguckt da wird die effizienz berechnet oder anhand der effizienz wird genommen das geht noch bei 0,3 volt den müsst ihr mal anschreiben den typ hier ich weiß nicht wer den kennt dass er doch mal bei meiner challenge dann teilnimmt aber wird er wahrscheinlich nicht machen weil er ist das er verliert hier haben wir wieder dann hier mit geschwurbel und pyramiden und scheiß trägt trotzdem nur eine led es bringt auch geschwurbel nichts eine led eine led also ich denke eine led dass man hier eine led es ist halt immer das selber guck mal hier haben wir sogar guck mal jungs ja anfang ende das ist ja interessant ja gut die chinesen die schreiben zwar ab aber die denken wir jetzt ein bisschen mit ja hier eine led ich will ich habe jetzt auch kein bock hier noch weiter zu machen ihr seht das hoffentlich selber ich meine mir ist es am ende egal wisst du ich weiß es wie es ist was die wahrheit ist und ja das sind eben alles abschreiber hier wenn ich mal einer dabei irgendwie mal noch eine led reingemacht habe bin ich wirklich der erste das kann er nur nicht sein der 30 jahre eine led eine led eine led eine led also wieder mit einem ausgang eine led eine led eine led also ich denke ich kann jetzt hier noch mal grob nach unten scrollen interessant wäre ja mal übrigens ich meine nicht zwei leds in reihe guckt bitte meine videos dass ihr versteht was ich meine oder dass ihr versteht was ihr meint ich meine zu sagen also ich rede eigentlich kein chinesisch hier könnte man ja jetzt ne guck hier ist der pfeil als eine led und ja noch eine diode reingemacht eine led eine led ich denke das reicht also ich habe es so noch nie irgendwo gesehen ich kann ja natürlich gebe ich ja wieder das falsche ein aber auch nicht schuldig eingeben keine ahnung das ist aber das was alle eingeben und hier haben wir schon mal zwei leds guck mal an idioten aber genommen die jungen genommen hier wieder ein ausgang eine led led das ist schon interessant ne auch die 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 alle die das schuldig erklärt haben ne wobei ich muss sagen in meinem video ich habe es nicht erklärt ich habe es aber auch nicht weggelassen bei allen anderen erklärungen ist es ausgeschlossen und weggelassen wirst du ich bin schon gespannt grüße gehen raus an elektronik war so da wieder von der schaltung welcher wen schickst denn diesmal 10 ohm widerstand elektronik und dann laden sie kann man eigentlich hier bilder hochladen dass man dann sagt ja ne der action das war doch vor zehn jahren schon hochgeladen ne geht das das gibt bestimmt auch oder äh wird dann bei allen mask auf der seite ist das ja schon vor zehn jahren veröffentlicht worden ne richtig oder wie war denn das 10er diode also vielleicht könnt ihr hier ihr seid ja jetzt hier oben dabei was denn hier ballern sind in die diode verballern sondern die diode lassen sie leichten ja egal das ist halt wenn man es nicht verstanden hat ne ist nicht böse gemein ist einfach nur die wahrheit ne da ist natürlich wieder angegriffen dafür in die kleinen egos da kratzt wieder ein bisschen ne ja leute das ist halt wenn man nur abschreibt da wird halt nicht ne naja ich denke nach diesem video hier ach guck mal ist schon zu ende wir sind tatsächlich bei der bildersuche am ende lol gibt auch keine weitere seite weil es gibt ja auch nichts mehr zu entdecken beim jule tief ne der elektroniker hat ja alles gezeigt hat ja alles gemessen und da gibt es nichts mehr ja in diesem sinne ja forscht selber hört auf zu glauben ja uns ja ja